Radio DARC S.M. and per Webstream D.A.R.C. Radio Your favorite station Hier ist Radio DARC Die Stimme des deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Woche begrüßt Sie das Radio DARC Redaktionsteam wieder zu einer neuen Ausgabe unseres Programms. Bei uns dreht sich alles um Funktechnik und Kommunikation. Heute gibt es unsere Sendung zum 249. Mal. Ich bin Cody Farren und darf Sie wie immer durch das Programm führen.